Ich merke immer wieder ganz extrem, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die keine Ahnung von der Arbeit als Model haben, wie viele Missverständnisse es dort gibt und wie viele Mythen über die Arbeit als Model kursieren. Und ich werde jetzt mal zwei Mythen aufklären. Mythos Nummer 1, ich kann mich einfach bei einer Modelagentur anmelden und dann geht's los. Wenn du mit einer Modelagentur zusammenarbeiten möchtest, musst du dich bewerben. Die Agentur entscheidet dann, ob sie dich aufnimmt oder nicht. Und du musst natürlich auch gut sein in dem, was du tust und Dinge vorweisen können, damit du interessant für eine Modelagentur bist. Heutzutage von einer Modelagentur von null aufgebaut zu werden, ist wie ein Sechser im Lotto. Und du musst einfach Eigeninitiative zeigen, damit deine Karriere auch erfolgreich wird. Mythos Nummer 2, wenn ich einmal bei einer Modelagentur bin, bezahlt sie auch alles für mich. Das stimmt 0,0% und ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt. Denn als Model bist du trotzdem noch selbstständig. Und wenn du Glück hast, streckt die Agentur vielleicht bestimmte Dinge vor und zieht sie wieder von deinen Jobs ab. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Also stell dich darauf ein, dass Investments anfallen.